So, hi, hi und willkommen zu einer neuen Runde Mario Kart Wii Custom Tracks. Wir sind jetzt gerade bei gut 6700 Punkten. Das ist ein bisschen scheiße. Ich muss mal wieder ein paar Punkte machen. Deswegen haue ich jetzt die ganz großen Geschütze aus mit Funky Kong und dem guten alten Bowser Bike. Und schauen wir mal, was passiert. Oh boy, ein 1v1, Red Loop und da ist auch noch ein Spiegel. Sollte ich gleich meine VR dem Typen abgeben oder wie? Wir haben beide verkackt. Ich hätte die Abkürzung nehmen sollen. Noch mal verkackt. Hat der nicht gelernt aus seinem ersten Fehler? Na gut, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ach du, scheiße. Ich hasse diese Map. Bin echt mal gespannt, weil vielleicht gewinne ich zum Schluss sogar durch Dummheit von dem Typen. Das wäre halt hart, nice. Wir erwischen jetzt die Feuerbälle. Ah, Junge. Was ist das für eine Map? Oh Gott, ich bin richtig weit hinten. Mann. Oh. Den hat, glaube ich, nach der Thromp erwischt. Oh yeah. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Mann. Oh. Ich kenne leider in dieser Strecke hier null Abkürzungen. Gibt's die überhaupt? Weil das halt in der ersten Runde die zwei, drei Abkürzungen gibt. Ja. Let's go. Oh mein Gott. So ein Assisieg. Oh nee. Das kann doch nicht sein. Ach, das ist die Strecke. Oh, die macht richtig viel Spaß zum Fahren. Let's go. Es ist gut mit Low VR in einem High VR rum zu sein. Kann man immerhin ein paar gewinnen. Auch wenn sie nur vier Spieler sind. Es gibt noch Punkte ohne Ende. Ich riskiere nicht die Abkürzung. Ich habe was vorhin gelernt. Aber dem habe ich auch keinen Schwammerl. Jetzt will ich hier mit einer Fake-Item-Box. Oh. Yo. Das war mal ein Snipe von dem. Jetzt wird er bluschen. Oh. Oh mein Gott, Typ. Das war gerade echt unlucky von dir, Boy. Oh. Nice. Au, der hat verkackt. Mir soll jetzt recht sein. Glaubt der Junge, der jetzt da die Abkürzung macht, der bekommt den Sieg. Oh, das macht halt einfach niemand. Nice. Nice. Fuck. Mann. Ah, die Typen. Ach, die Typen. Was soll ich? Die Blitzringe da. Die haben mir jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Na, egal. Zweiter ist zweiter. Geben wir noch ein paar Punkte. Oh, boy. GPR, Ribbon Road. Und jetzt ist gerade die Musik ein bisschen abgekackt. Ähm, keine Ahnung. So, Leute. Gut, dass ich hier Funky Kong genommen habe. Ey, Mann. Boys. Boom. Sorry, ich musste... Okay. Das war eindeutig kaum jetzt gerade. Ich bräuchte vielleicht jetzt nochmal ein paar Items zum Angreifen. Vielleicht so ein paar rote oder so. Wow. Was hat denn der Typ gemacht? Ich will ein bisschen Sandbaggen und mich dann komplett aus dem Leben ballern. Das gefällt mir. Wow. Mein Gott. Was war denn das hier jetzt gerade? Mit einer Red Shell am ersten Platz. Ja, daran könnte ich mich echt gewöhnen. Und keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, was ich hier dann mache. Ganz ehrlich, ich versuche einen Logic zu machen, aber ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Nein, 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 nein. Erster. Wow. Oh, mein Gott. 60 Punkte für Erster. Der Room ist mal richtig gut für mich. Yo, was geht jetzt ab? Rip Wee. Leute. Ihr habt keine Ahnung, was jetzt hier mit meinem Fernseher los ist. Der kackt gerade richtig ab. Ähm. Ich habe Angst. Okay, es geht wieder. Meine Capture Card stirbt nur anscheinend irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich bei der Mauer. Ah. Hey, Stars Lobe. Ähm. Oh Gott, Stars Lobe. Das ist so eine Map, die kriegt man nie eigentlich. Ich wollte gleich mal nachgucken, wie man die bekommt ins Spiel, aber, ähm, ich habe es jetzt bis jetzt immer vergessen. Und ich werde jetzt komplett gebankt. Wow. So macht das Spiel Spaß. Aber für Funky.com ist diese Map richtig geknackt. Vielleicht kriege ich einen Kugel-Willi. Gibt es einen Kugel-Willi bei vier Spielern? Ich weiß es nicht. Oh. Sorry, mate. Nö, ich weiß nicht, wo es lang geht. Das ist so eine richtige Strecke für Daisy eigentlich. So, okay. Oh, Blue Shell. Die Blue Shell hat mir heute schon so oft einfach den Arsch gerettet. So eine Hashtag mit zwischen der und mir. Schauen wir mal. Ich glaube, ich setze da dann einfach mal schön die Bombe hin. Sorry fürs Dirty Spielen, aber... Oh, schade. Ich hätte gedacht, die Bombe hält länger aus. Naja. Oh. Daisy, please do not kill me. Oh mein Gott, ist die mir... Na, auf den Fersen. Wuhu. Ich hätte jetzt echt Schiss gehabt, dass die mich noch überholt. Was? Ich kriege so zwei Poluspunkte. Nice. Okay, da hatte wohl der erste Type von Red Luke keinen Bock mehr. Jetzt sind wir nur zu dritt. GBA Riverside Park. Oh Gott, was macht denn Daisy da? Oh. Was ist denn das für ein Abkürze? Die kenne ich gar nicht. Schauen wir mal. Vielleicht versuch ich es in der nächsten Runde, wenn ich einen Schwammel habe. Oh. Ah. Jetzt gleich nicht mehr die Blue Shell. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich die Abkürzung mit einem Schwammel machen kann. Ich probiere es mal. Oh ja. War vielleicht nicht pretty, aber... Ging okay. Schon fast okay. Die Abkürzung. Haha. Sorry fürs Dirty Spielen heute, aber ich brauche Punkte, Mann. Nein. Hui. Hui. What the close. So viel kann ich... Die hat einfach alle abgewehrt. Zum Schluss auch mit dem Baum. Oh mein Gott, Daisy ist ein Biest. Aber jetzt kann sie doch nichts mehr haben, oder? Jawohl. Auf das habe ich gehofft, dass sie eine Fake-Item-Box hat. Oh mein Gott. Und den ersten Platz einfach. Einfach nur, er sneakt. Immer noch drei Spieler. Immer noch Gameboy-Strecken. Die mache ich aber heute eigentlich ganz gerne. Bin ich heute richtig gut dabei. Haha. Sunset Wilds. Ach. Das ist ja die mit der Indermusik. Oh. Die hätte mich hundertprozentig erwischt, die Grüne. Wir haben heute so ein unverschämtes Glück. Das ist nicht mehr normal, ey. Ach. Scheiße. Oh. Okay. Noch mal Glück im Unglück gehabt. Aua. Okay. Der Mie-Spieler, der ist jetzt komplett vorne. Der Mie-Spieler, der ist jetzt komplett vorne. Und da kommt die Blue-Shell. Oh. Das war so klar. Ne. Das wird nix. Das Rennen. Da bin ich einmal zu oft verkackt. Scheiße. Na ja. Man kann auch mal ein mieses Rennen haben. 20 Punkte. Keine verschmerzt. Nein. Ich will wieder auf die 6,9. Du. Der Tupel kommt jetzt ständig seine GBA-Strecken. Na ja. Okay. Ich bin dritt. Das ist sehr gut. Dann kann ich die Abkürzung nehmen. Nice. Und dann habe ich mir wahrscheinlich wieder eine Blue-Shell. Oder? Wer weiß. Keine Ahnung. Hey, lol. Das ist jetzt eine andere Strecke. Hä? Ist die andere nicht genauso? Ah. Wahrscheinlich war das andere River-Side-Park, oder? Ah. Das kann sein. Mann. Der Typ hat mich jetzt richtig... Der hat mich jetzt bekommen. So, klar. Ja, ich sage sowas von in den Comments. Ich konnte nichts mehr dagegen tun. Oh, mein Gott. Und da wären ja auch Kürzen gewesen. Oh, die Blue-Shell. Was geht denn so mit den Blue-Shell ab? Der Typ kann halt nichts dagegen machen. Nee. Okay, die hole ich jetzt mal ein bisschen. Oh, da kommt das nächste P-Einschreiben. Der hat so unverständlich das Glück zu... Der hat gedocht. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Nicht noch eine. Das gibt's doch nicht. Wie viel Blue-Shells erfische ich denn heute? Jawohl. Das war sehr gut. Ich konnte meinen Schwammer zum Glück noch einsetzen. Der hat seine roten verloren. Ich nehme jetzt das Item. Jawohl. Jetzt geht's ab. Nein. Oh. Wie? Wie ist die jetzt kaputt gegangen? Oh, Daisy. Holt den Shortcut. Ne, hau ich ab. Dem hau ich ab. Dem hau ich ab. Gutes Rennen. Und was haben die Blue-Shells heute mit mir? Das ist doch nicht mehr normal, ey. Oh mein Gott. Aber wisst ihr was, Leute? Das reicht jetzt, bevor ich noch das Hackens angeklagt werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, passt auf die Blue-Shells auf und ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn auch noch nicht mehr Fernsehen auf geht. Ciao.